Die hier zu erwerbende sanierte 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Potsdam. Die Wohnung wurde 1850 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Die Wohnfläche der Etagenwohnung liegt bei ca. 104 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 575.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.